Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 so könnte man es eigentlich lassen und dann noch dass diese ausframsung nicht runterfallen hier ja lassen wir erstmal so naja der ist jetzt auch spesens tot so wo er ist na mauszeiger sei wirklich so geh du mal weg da ne er geht nicht weg jetzt geht er weg so ja das sieht doch ordentlich aus hm buddel ich mich da nochmal hoch mal 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 so hallo so geht doch da in die kante und jetzt passt das super sieht ok aus oh der traveling merchant ist da wo er schon fast zwei folgen ein bisschen fitze kran gebastelt so so aber jetzt so oh ich will aber auch nicht viel mehr finden so oh von der beleuchtung hier ist es noch ein bisschen bescheiden kann die labern ha 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 lach witz so so oh 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 ganz nett machen wir gleich mal mehr gut ist noch ein bisschen heller und gut ist noch ein bisschen heller Das können wir nochmal wieder zurück ändern. So, und nicht zurück, zurück ändern. Jut, äh. So. Weiß mal die happyen Resetten, damit sie weg sind und uns nicht mehr auf den Keks gehen. Und das Dach, das machen wir gleich noch da oben drauf, diesen Ober-Obenausgang-Dingens-Kirchen. Ja. Äh. Fix-Stack. So, Fix-Stack, so weit es geht. So. Komm, die ist nervig oder so? Nein. Äh. Fuck. Oh. Boah, das ist ja ein Schaden von den Klopfen da im linken Ohr. Äh. So, Quick-Stack. Das ist doch schon mal richtig schön Quick-Stack. Äh. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ja, gut. So, ja, das war eigentlich nicht ganz alles. Glas. Ja doch, Glas-Wall kommt ja eh wieder unten so rein. Warte mal. Ich glaube, ich hab alles genommen, ne? Wo sind denn die Gläser da? Ja, Glas-Wall hab ich alles mitgenommen. Röstisch. Hm, 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 ja. Ja, das mit der Glastür muss ich nochmal rausfinden, warum das nicht geht. So, Wood haben wir sicher nicht mehr als genug. Und Wood-Wall auch. Ja, warum auch so, wenn's auch anders kompliziert ist. So. Rihanna. Mahagoni-Doors müssen wir auch noch haben. Weil irgendwie... So, das machen wir die normale Höhe. Wie breit machen wir das? Ähm... Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben machen wir das mal. Und bei acht ist dann die Tür. Geht einfach sterben. Ja. Geht einfach sterben. So. 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 Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ja. Gut. Macht nix. So, korrigiert. Oh man, die passen mal durch. Ja. Alter, halte doch mal die Klappe da unten. So, jetzt aber. Türen kann ich später bauen. Hm? Hm? Ja, da. Just like that. So. 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 Kabel. So. 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 könnte scheiße werden oder bauen wir den grünen mal, verlegen wir den mal neu so, erstmal hauen wir die Türen hier rein, damit wir auch mal nachdenken können, ohne dass die ganze Zeit das au 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 dazwischen nervt, weil wieder irgendwelche Flatterviecher da ganz oft Kicks gehen, durch die kleinsten Lücken durchfliegen so, wie das, jetzt, äh, Schaltier, Kabel brauchen wir mal ein paar, grün, der ist schon mal gar nicht so schlecht machen wir es mal wieder so, Holz brauchen wir grad nicht mehr, also können wir das alles wegstecken Schalter hätten wir vielleicht auch noch mal mitnehmen können, bei der Gelegenheit jetzt machen wir doch das, was wir eigentlich nicht mehr machen wollten, aber egal äh, Schalter also, Druckplatten, um hier genau zu sein, vier Stück brauchen wir nicht, nur zwei so, zu, zu so doch so und so hier können wir einfach so ungestürgt grünes Kabel verlesen und theoretisch könnte ich das auch mit rotem Kabel machen allerdings ist der Schalter aus, dann, ja gut, okay, das hat sich gerade erledigt meine Fresse ja, ich seh, dass ich gleich am verrecken bin ich will auch mal gerne vorankommen, ohne so so äh ja, genau das wollte ich machen was wollten wir denn noch so schönes machen? äh man ist da viel von den Viechern gekillt worden von mir tja, was sind wir davon? so was wollten wir denn noch so schönes machen? das sieht doch schon mal recht ordentlich aus es ist nicht mehr wie in so einer einzelnen Sichel Dingens, Gedöns, oder äh, was weiß ich das ist ein bisschen ungleichmäßiger das ist doch schön hm wollen wir schon wieder zwei Folgen komplett voll haben und ich eigentlich noch mal fix rausfinden möchte wie das ist mit dem, äh mit den Glastüren, genau, jetzt hab ich's die Wolken müssen wir auch nochmal anders machen auch nochmal irgendwann mal auf ja so das haben wir auch lange nicht mehr gemacht also wie gesagt ich werde gleich die Aufnahme beenden reicht für zwei Folgen auch wollen wir größtenteils nur Kleinkram machen aber was soll's äh achso äh das brauchen wir hier nicht den Pilz will ich jetzt auch nicht aufwendig einsammeln einsortieren können wir auch später ich suche die Pilzwolke die war doch hier, oder? ne, hier war sie, gut einfach nur mal angucken hallo Pilzmann woher ist schon einiges gewachsen hat was Pilziges ja gut das müssen wir dann irgendwann mal aber nicht nächste Folge ausbauen oh der ist fast verreckt egal gut dann würde ich sagen heute locken wir mal nicht aus locken wir mal aus der fertigen Dingenswolke aus auf der fertigen und nicht aus der fertigen die mal eine ziemlich potthässliche Plattform Farmplattform war so meine Herren ja du mich auch so locken wir mal hier aus oh da ist noch was unten ja das können wir erstmal da lassen äh ich nehm es jetzt weg gut 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 so so hallo Leute ist Feierabend ne der werte Herr würde sich gerne von den Zuschauern verabschieden hallo ne schneller sterben und so so batsch 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 und es ist Ruhe im Karton hoffe ich doch mal so wie gesagt wir werden diese HP nochmal schnell kehren wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal ähm ich verabschiede mich wie immer mit einem bis denn dann m m m m m m m m